Die zweite Saga bei Dragon Ball Revenge of King Piccolo spielt sich im hohen Norden ab. Stufe 2, die Belagerung des Muskelturms. Nachdem wir Obersilver eine Lektion erteilt haben, ist General White dran. Aber ich denke, das kriegen wir jetzt erklärt, oder? Ganz genau so ist es, bis auf den kleinen Unterschied, dass der Robotpilot nicht der Autopilot ist, sondern der Roboter, der das Flugzeug geflogen ist. Aber man kann ja nicht von den deutschen Übersetzern verlangen, dass sie den Anime oder den Manga gesehen bzw. gelesen haben. Und damit jetzt in Eis und Schnee. Ah, kalt! Ich denke, es sollte einfach zur Red Ribbon Basis gehen. Nein, du solltest einfach zum Muskelturm gehen. Naja, immerhin schreiben sie nicht Hauptquot hier, sondern nur Basis. Das ist schon falsch genug. Und hier oben befindet sich was zu essen. Okay. Eigentlich trägt Son Goku ja auch die Kleidung von Zuno, dem Mädchen. die ihn gerettet hat. Weil er so gefroren hat hier. Aber er macht auch nichts. Weil er hat seinen Kampfanzug an. Ja, ist gut, da hochzuspringen. Aber, ja, diesmal gibt es sogar eine Schatztruhe. Warmer Hut. Das ist der Hut, den er eigentlich anhat, was ich gerade eben erwähnt habe. Sehr gut. Speichern erfolgreich. Das ist ja von Erfolg geprägt, das Speichern. Okay. Kampfroboter! Wir haben also noch den Weg zum Muskelturm ganz kurz. Und im Inneren wird es interessant, denn... Das war ja an und für sich so, dass auf jeder Etage eine neue Herausforderung auf Son Goku wartete. Mal hier was zu essen. Bisschen Ki. Man weiß ja nie. Und Son Goku hat nach dem ganzen Abenteuer, was jetzt kommt, auch versprochen, nach Jingle-Dorf zurückzukehren. Extra so eindeutig gesagt, ja kommst du wieder? Ja, versprochen. Ja, ganz bestimmt. Und eigentlich kommt er nie wieder. Nur Dragon Ball GT, welches nicht zum Manga gehört. Oh, das ist ein Muskelturm. Nur ein Dragon Ball GT kehrte zurück als vierfacher Super Saiyan. Bei der Evakuierung zum Planeten Tsufuru. So, da hinten wollen wir hin. Was passiert jetzt? Schwarzer Bildschirm. Ein Panzer. Wow, das ist unglaublich. Ach, geht nicht, gibt's nicht. You're finished. Kannst du knicken. Ach, der hat so eine komische Aura, die erst blau wird und dann rot und dann ist weg. Und dann können wir den angreifen und das machen wir dann mit dem Kamehameha. Ist jetzt angreifbar? Gut. Und schon so gut wie auf dem Schrottplatz. Das Alteisen hier. Freie Bahn also zum Muskelturm. Das ist also die Red Ribbon Basis. Okay, los geht's. Ach, zum dritten Mal. Ist es nicht die Basis, die du später erreichst? Das ist nur der Muskelturm. Ah, was soll's. Das ist also ihre Basis, was? Er lernt's nicht. Ich frage mich, wo sie den Bürgermeister festhalten. Auf der obersten Etage. Das bekommt er eigentlich ganz zu Beginn von General White gesagt. Dass auf der obersten Etage der Bürgermeister, dass nur Dekoration festgehalten wird. Wow. Okay. Ich weiß nicht, ist er unten? Äh. Hätte es sein können, dass da ein Sieg gut ist. Eine Schatztruhe. Kann ich sowas riechen? So, auf der ersten Etage gab's nur ein paar Rüpel. Das würde denen hier entsprechen. Aber es gibt noch mehr Herausforderungen. Alter, voll die Kombo. Lohnt sich. Oh, hier wird mal ein Blatt gematscht. Ich warte mal eine Sekündchen hier. Keine Lust auf Saiyajin-Fun-Kuchen. Im Moment. Okay, nächster Raum, bitte. Oha, Sergeant Metallic. Was, Metallitron? Willkommen. Oha, du bist riesig. Solange ich hier bin, kannst du nicht weitergehen. Stirb. Das ist auch ein Cyborg der Red Ribbon-Armee. Zwar nicht durchnummeriert. Vielleicht ist er C4 oder so. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es... Ja. Ein Roboter in Menschengestalt. Übrigens ganz klar eine Terminator-Anspielung. Also das soll Schwarzenegger darstellen. Ist ja aus dem selben Jahr. 1986 oder was? 84 Terminator? Dragon Ball oder 86? Und dieser Roboter in Menschengestalt wurde Terminator nachempfunden. Genauso wie dann 1991 kam ja Terminator 2, wo es ja geht um Zeitreisen und die Vergangenheit reisen, um die Zukunft zu ändern und, und, und. Sehr überraschend kehrten dann in Dragon Ball die Cyborgs zurück. Es gab auch einen Zeitreisen im Namen des Trunks. Also Terminator 1 und 2, beide bei Dragon Ball nachgestellt. Und besiegt wurde Sergeant Metallic, als ihm die Batterie ausging. Hä? Warum hält er inne? Es gibt schon merkwürdige Sachen in der Welt. Was? Ich hab den gut schnell besiegt mit meinem Kamehameha. Ja, das ist löblich. Sergeant Metallic oder Leutnant Metallic, so hieß er, glaube ich, wurde dann später noch öfter, äh, war noch öfter zu sehen. Pan hat ihn besiegt in Dragon Ball GT und, und was noch? Im dritten Dragon Ball Movie, da hat Muten Roshi Metallic besiegt. Okay, das war Level 2, 1. Und deswegen schieben wir Level 2, 2 direkt hinterher. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Die nächste Etage, das müsste Ninja Leader gewesen sein. Der ja im japanischen Murasaki heißt. Ich erkläre erst gleich. Oh, stimmt. Dem Radar nach zu urteilen muss der Dragon Ball irgendwo in der Nähe sein. Okay, ich muss also ganz nach oben den Bürgermeister retten. Ich schätze, danach suche ich den Dragon Ball. Ja, du machst schon zwei Fliegen in deiner Klappe, keine Angst. Hä? Was ist denn das für ein riesiges Ding? Okay, kann ich hier weiter? Hier geht's weiter. Okay. Aber das ist eine Sackgasse. Das ist so eine Art Aufzug, ja? Muss ich da was machen? Sieht stark danach aus. Aufwärts. Gegner, damit mir nicht langweilig wird. Da bedanke ich mich für diese Unterhaltung. Sag mal, das ist angehalten. Warum? Warum hält es einfach an? Waaah. Also, Murasaki heißt der Ninja. Und auf Deutsch wurde er wieder so blöd übersetzt. Guck mal, schon wieder angehalten. Was soll das? Musst du erst die Gegner besiegen oder musst du sie mal anstoßen? Ins Deutsche wurde er als Ninja Lila übersetzt. Sogar die nordamerikanische Version, die stehen eigentlich gar nicht so auf japanischen Namen, haben es bei Murasaki belassen. Er war der nächste Gegner im Muskelturm. Aber ganz so haben wir es hier nicht anscheinend. Zumindest ein paar Zwischengegner. Aber es sieht aus, als wären wir bald da. Es gibt sogar nicht was für eine schlechte Konstruktion. Ein Aufzug, den man fünfmal wieder anwerfen muss. Weil er auf dem Mittelweg einschlägt. So, ich glaube, wir sind da. Könnte ich erst mal hier gucken. Ah, gute Entscheidung hier lang zu gehen. Sauber. Der noch ganz kurz verschrotten. Dann durch die nächste Tür. Okay. Wow, was ist denn hier los? Guckt euch mal an, wie groß das hier alles ist. Das geht ja eigentlich gar nicht. Ihr habt ja gesehen, wie der Turm von außen aussieht. Und dieses Gebiet gibt es auch gar nicht im Anime oder Manga. Oh, da ein bisschen eine Keule. Und noch mehr, die es zu verkloppen gilt. Zwei Roboter? Na, wartet. Ihr seid bereit. Für meinen. Sauber. Beide geholfen und beide gekillt. Die müssen sich aber erst aufrichten, bevor sie kaputt gehen. Meinetwegen. Jetzt erscheinen hier neue Sachen, die das Leben schöner machen. Bereit fürs Weekend-Feeling. Gut. Und die nächste Tür. Schreite hindurch. Ah, da sind wir. Was ist das für ein Ort? Was ist hier los? Hier drinnen gibt es einen draußen? Ganz genau. Ein künstlicher Wald, oder wie man es nennen möchte. Hier treibt Ninja Lila, sein Unwesen. Da hat er irgendwie erst Versteckspielchen gemacht mit Son Goku. Sich unter einem künstlichen Felsen verstecken wollen, weil Son Goku nicht zählen konnte bis 30. Auch nicht schlecht. Und da hinten ist das Haus. Anschließend hat er sich besser versteckt. Son Goku hat im Haus gesucht und hat nicht ihn, sondern seine Erotik-Heftchen-Sammlung gefunden. Tja. Und nun? Da haben wir ihn doch. Ninja Lila. Wow, wer bist du? Haha, ich bin beeindruckt, dass du es so weit geschafft hast, Kleiner. Aber weiter kommst du nicht. Jetzt wirst du sterben. Okay, Leute. Schnappt ihn! Oh, überlässt du deinen Leuten. Die Drecksarbeit. Übrigens, in Japan erscheinen ja noch mehr Dragon Ball-Spiele. Da gab es auch irgendein 3DS-Spiel. Das war so ein Kartenspiel. Das war kein echtes. Ja, ihr wisst schon, wie ich es meine. Ein Kartenspiel, kein Kampfspiel. Aber auf dem Cover und so, das habe ich gesehen, hat mich sehr verwundert. Da waren die allerfuturistischsten Charaktere dabei. Ein gefühlter, achtfacher Super Saiyajin. Pan als Super Saiyajin. Und dann ein erwachsener Gotenks. Das gibt es alles nicht. Und daneben Ninja Lila. Also der Ninja von Ebenen. Dass ich mir auch denke, hä, warum das? Ja. Okay. Was wollen eigentlich die Wölfe hier? Die Wölfe waren eigentlich ganz frühe Gegner. Noch in der Prinz-Pilav-Saga, da in der Schlucht, da gab es sowas. So. Das werden ja immer mehr. Okay, Mann. Da kriegen sie auch ordentlich auf den Latz. Alle weisen. Der ist nur benebelt. Kriegt das so. Auf die Irme. Gibt das Geld her. Wenn so ein Goku nicht viel mit Geld anfangen kann. Ich will es haben. Wow. Verdammte Axt. Steh auf. Soll es aufstehen. Jetzt habe ich sozusagen. Ja, ein Lebensverlust ist es nicht, weil wir haben ja keine Lebensanzahl. Aber. Bin an die Tiefe gefallen. Gar nicht nett von euch. Jetzt sind wir wieder hier im Inneren des Muskelturms. Okay. Wechselt sich wohl ab. Meinetwegen. Bin für alles zu haben. Wow. Smashballers-Plattformen. Sehr gut. Ja, sieht aus wie zum Beispiel das 64. So. Ja, man muss immer das betätigen. Dann. Dann tut sich da auch was. Hier geht es weiter. Da? Schön. Hier ist still. Betätigen. Ja, finde ich eigentlich ganz nett. Es ist nicht zu linear. Aber auch nicht zu verstrickt oder verwirrend. Der Levelaufbau. Ja, zweifelsohne ist das hier jetzt nicht das Spiel des Jahrhunderts. Aber. Es ist gut. Es ist auch damit zu rechnen, dass spätere Level dann eventuell komplexer und komplizierter sind. Merkwürdig. Und. Mal sehen, wie sich das entwickelt. So. Hey, danke schön. Danke fürs Mitnehmen. So. Und dann latsche ich hier durch. Bin ich jetzt vielleicht wieder? Ja, sehr gut. Habt ihr mir schon gedacht, wir sind hier doch noch nicht fertig. Ja, und er hat sich dann versteckt in so einem Wasser mit so einem Bambusröhrchen zum Atmen. Und da hat so ein Goku dann den heißen, das heiße Wasser reingeschüttet. Also in das Röhrchen, wo er mitgeatmet hat. Böse, böse. Geht mir doch direkt der Wolf mit einem Lösch, ey. Die überleben auch noch so knapp, ne? Ich nehm's mit allen auf. Kein Problem. Okay, scheinbar doch irgendein Problem. Aber egal. Aber viel mehr als Buttons meschen kann man auch nicht machen. Klar, kann man, aber... Bitteschön. Fünf auf einen Streicher, wenn das nichts ist. Und die explodieren. Nein! Doch nicht das Kamehameha. Du sollst doch nur den nehmen. Hau eventuell mein Key noch. Du Dumpfbacke. Egal. Nehmen wir es ihm nicht übel. Vielleicht finden wir hier in diversen Kisten noch ein bisschen was zum Auffrischen. Wir müssen ja noch gegen Ninja Lila oder eben Murasaki selbst antreten. Zwischensequenz. Du bist dieser Kerl von vorhin? Ich bin kein geringerer als Murasaki, Meister Ninja. Du, wie kannst du es wagen, meine Ninjas zu vernichten? Du kommst hier nicht lebend raus. Als ob du mich töten könntest. Wow. Ich bin eingefroren. Das kann doch nicht die Möglichkeit sein. Was ist hier drin? Nichts. Nichts ist da drin. Na, seht ihr? Jetzt habe ich nicht genug Key. Ich bin mehrere Kamehamehas. Ich hebe es mir erstmal auf. Der hat ganz schöne Tricks auf Lager. Na, warte. Ja, Flüchte. Ja, und die hatten auch das Duell Säbel gegen Stab, wo der Stab, glaube ich, den Säbel kaputt gemacht hat. So, wenn ich ihn so in die Ecke treibe, kann er mir gar nichts. Jetzt passiert was. Er ist sogar ziemlich gut. Bei dieser Geschwindigkeit muss ich meine speziellen Ninja-Techniken einsetzen. Ja, Kopiertechnik. Ich dachte, der hat jetzt einen Kopierer erschaffen. Unglaublich, was? Du musst verstehen, wir sind Ninja-Fünflinge. Ja, so funktioniert das also. Kommt schon, Brüder. Reißen wir ihn in Stücke. Okay, wenn ihr meint. Das sieht nicht so gesund aus. Das sind jetzt kleinere Gegner. Aber wir wissen ja von Tension Huntern später, dass man eine Vervielfachung, ja, auch eine Teilung der Kampfkraft zur Folge hat. Die sind nicht so stark wie der Einzelne, auf jeden Fall. Jetzt habe ich meine Kami-Hami-H wieder voll. Aber der Erste ist schon baden gegangen. Die sind hardcore drauf. Muss man drinnen lassen. Ich habe schon die Hälfte meiner Energie verloren. Gar nicht gut. Was ist denn jetzt mit dem Einzelnen? Kommt der danach nochmal? Erzählt das als der Sieg jetzt? Bin noch vorsichtig. Du kleiner Freak! Wie kannst du es wagen, meinen Brüdern das anzutun? Let's go, Kid! Let's go, Kid! Ja, der hat noch die Energie. Und jetzt kann ich es rauslassen. Ja. Und ein zweites Kami-Hami-H. Sie dürften ihn erledigen. Aber er ist ausgewischt. Und? Immerhin. Aber dieser Gegner wäre erledigt. Murasaki, geh baden. Oh, oh, look at that speed, that power. Come on, Android 8. Get that brat. Now, get him. Pulverize him. Slice him to pieces. No. Oh? Killing people bad. I hate bad things. I know you are doing bad things here. Don't get snotty, you. The Red Ribbon Army gave you life. All right. If you won't listen, then you might want to know. There's a bomb in your body. Just for times like this? All I have to do is push this button, and you'll go kaboom. Still, I cannot do bad things. What? Oh, how dare you? Huh? If that's what you want, then it's time to blow you up. Not if I can help it. Stupid kid, stay out of my way. Scissors. Paper. Rock. 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 Thank you for saving me. I am happy. Your name? Me? I'm Goku. What about you? I... They called me Android 8. Uh... That's an odd name. How about I just call you... Eater? Eater? I like that. Weirdo. Goku, are you going to help the village mayor? Oh yeah. I don't have any time for this stuff. Later, Eater. Eater, was it? He, he, he. Sehr gut. Later, Eater. Im Deutschen übrigens. Ach, die. Das war der Spitzname im deutschen Anime. Ach, die. Cyborg Nummer 8. Und ich werde ihn C8 nennen. Okay. Nur Rang B. Erschütternd. Aber das waren wieder zwei Missionen heute. Als nächstes im Muskelturm. Es kommt nicht mehr viel, aber es wird auf jeden Fall spannend. Können wir den Bürgermeister retten? Auf jeden Fall. Ich würde mal schätzen, das Finale des Muskelturms im nächsten Part. Nicht verpassen. Daumen hoch. Dranbleiben. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.